Dominik wollte gerne den Schrittgeschwindigkeitszahlung als erstes fahren. Der Prüfer sagte nur, machen Sie! Dominik ist perfekt rausgefahren, er stand allerdings ein bisschen nah an den Hüftchen dran. Also beim Losfahren super Verkehrsbeobachtung. Jetzt sieht man schon, er fährt einen ganz großen Radius und dann ist er schon raus. Das komplette Prüfungsdrama könnt ihr jetzt auf meinem Kanal absehen.